Liebe leben. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet dieses schöne Gefühl, das in einem ist, nach außen zu leben. Es begleitet einen. Man nimmt es mit, man hat es in sich und man kann es in alles einfließen lassen, was man denkt, was man sagt und was man tut. Man kann diese Liebe überall mit hinnehmen, egal wohin man geht. Man kann diese Liebe überall leben, egal ob andere sie auch so leben oder nicht. Wichtig ist, dass man an diese wunderschöne Energie glaubt und daran glaubt, dass sie in einem ist, dass sie in einem wohnt. Und dann hat man eine wunderschöne Power, die man überall mit hinnimmt und als Echo wird man immer merken von der Umwelt, egal ob Mensch oder Tier oder Pflanze, dass man willkommen ist bei denen, die einen wahrnehmen. Und dass sie sich freuen über diese positive Energie und selber diese Energie aussenden, entsenden und dann ist man in einem Dialog auch ohne Worte. Liebe ist die größte Kraft. Das ist so.